so hallo willkommen zurück zu einem neuen part von tdt wieder gleiche aufnehmen der gleiche besetzung und wir sind auf der map dolls ist auch ziemlich bekannt oder ja ich habe keine waffe kennst du die map schon ja ja so hier ist ein cooler trick wenn man den käse ja ich weiß wenn man sich den käse zeigt dann kriegt man dann kriegt man 100 live dazu bonus live nein ich stehe hier auf der plank und mich jetzt in den jungen aufgabe ich habe es und dann werden ich habe was geschehen werden ja die bernie gemacht wenn sie ein bisschen traitor bitte natürlich muss der detective sein ich bin ja auch innocent klar klar logisch er macht das doch mit absicht was ist die weg von meiner planke ich möchte mich nicht gut stets macht oder sollte den anschub geben macht das tötete ich los springen ich bin hinterher ich bin hinterher wenn du sprichst wäre ich bin gesprungen lassen die man da springen gesprungen das nehmen das nebeneinander springt kommt ich bin gesprungen kommt man da okay wer guter weggerotzt dann hier das holt daniel und sub nämlich an das hat mir sehr geschmerzt bei sowas mit teilzunehmen schrotz ich habe ich hier noch mein bauch gefühl gegangen hätte ich auch links weggeknallt auch zurecht jetzt live fuck you fuck you ich knall deinen arsch weg so wie die letzte noch mhm was, was mühst du in Gruppe, was kann ich denn woher weißt du das ich hab nur ne Diegel ich hab nicht mal ne normale Waffe nur ne Diegel that's life voll gradiert die Webmark ich ah wo ist gut wo ist gut sa ich hab ne Form ich hab das nicht das hat sich das hat sich nach Farmers angeholt topa ja das ist schon wieder der ist unten in dem Ding drin ah ich bin stark ah ah bernie ist auch schon so ok bernie ist der letzte nein 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 Traitor gekillt bernie ist wieder am Anfang da runter runter gefallen und dann hatte ich mir auch so ah fuck das shit ey ich hab kein bock mehr er hat echt auffangen er ist abgeschossen ich dachte das wäre ne du hast aber echt lange dafür gebraucht dafür dass du ne Pistole hatte hm ich hab die Schrotz aber jetzt bin ich wahrscheinlich leider nicht Trader oder bitte guck mal hier bitte nicht das ist perfekt Trader guck 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 der Schrotz wäre jetzt so geil Trader gewesen ja aber ist halt ein Detektiv als Schrotzen scheiß Detektiv half Leute hol ich schnelle Waffe soll ich dir ne Pistole gehir ich hab dir ne Glock ach ok hier liegt schon einer bernieh und du dich wenigstens überhaupt verteidigen kannst ist gut ich bin ein Detektiv ja ein gütiger Detektiv wahrscheinlich hat er zum Traitor ne Waffe gegeben ja ich hab ne Trader ne Glock gegeben sehr effektiv so setzt Glock ein sehr effektiv es ist sehr effektiv es ist sehr effektiv ja Sub wo ist denn der Sub bei deiner Mama soll man dann jetzt eine Waffe nehmen ich hab nur noch 4 Schuss OH FU lebt berniebob noch? ne ist schon tot den hab ich doch gefunden achso ja gefunden zwinker zwinker ne den hab ich auch nicht gefunden ne den hab ich auch nicht gefunden tjaa Flo du musst dich mal im Korak kümmern sieht bei mir nicht gut aus ne 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 ja wirklich da komm noch her mit deiner Sniper ich hab ne Schrauz Alter haha ja was willst du zum Harten gehen schieß auf mich schieß auf mich schieß Glückwunsch. Finde ich nicht gut, dass du meinen Trader-Porten gemacht hast, Cooper. Egal. Ich liebe Mindgames. Oh, komm! Nice. Ich hab mir wieder Shotgun ein, ey. Da war ich extra ruhig und hab mich das Geister mit Cooper wirklich nur noch gedacht, da sind zwei und dann mit der Flo machen. Hat ja auch geklappt. Du hast nur zwei Punkte noch gesehen, Cooper, ne? Ja. Deswegen hast du Flo gemacht, ne? Ja. Also Flo, da kannst du nichts, weil alle waren tot. Er hat nur zwei Punkte gesehen, deswegen hat er gedacht, du bist Traitor. Wah, warum hab ich den nicht noch gemacht, grad mit das Silent, ey? Weg, weg, weg. Fett, so. Zent Frank, drehe die, äh, Windmühle so ab. Ich hab die vorhin hingeschaut. Die kannst du so anschalten. Ja, das ist echt die krasseste Windmühle, die ich kenne. Lauf mal rein. Ja lass mich doch mal, ich hätt dich jetzt schon weggeknallt ab. Ich hab ne Shotgun übrigens, ne? Wollte ich mir mal sagen. Hab ich gesehen. Ich hätte dich weggeknallt. Ich wollt mal sagen, dass ich eigentlich jetzt Puren bin. Ja. Ja, okay, dann geh ich jetzt hoch und mach dich weg, dann bist du Traitor. Okay, wennest du bald hinkommst, gibst dich schnell. Ja? Echt? Soweit ich durch den Durchgang... Hier, da wo ich schieße? Hm. Berndi guckt auch schon in die Richtung, Junge. Berndi guckt auch schon in die Richtung auf den Gang. Ja, jetzt bewegt es dich, Berndi. Was ist denn los, Junge? Wie? Ja, ich hab Berndi abgeschossen. Da hat nämlich genau auf den Durchgang geguckt, wo er grad rauskommen wollte. Hat genau wie er hingekommen hat. Der liegt auf dem Betz beim Puppenhaus. Ja, warte, lass ihn mal, warte. Ich komm mal nicht zu dir, warte. Ich komm nicht zu. Was passiert jetzt, wenn der Traitor ist? Bin ich dann auch Traitor? Äh, ne. Ich denke, dann bist du relativ proof, weil Berndi die Absicht dann hatte. Äh, Daniel! Daniel! Ähm, ach so, der ist offen. Oh ja, wieso bin ich da hingelaufen? Ah! Ja, okay, gut. Moment. Guck, jetzt können wir wieder mal. Läufts? 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 Du war nicht Traitor? Nö, ich. Nö, guck aber. Wui! Wow! Was's up, warum killst du Berndi, ey? Echt, Mann! Ja, Daniel, warum guckst du wieder hinten? Berndi bist so ein Spackler, ja! Ich hatte nen Lack, äh, äh, nen... Ja, du hattest nen Lack. Ja, er hatte nen Lack. Hast deine Nägel lackiert, oder was? Du hast zu viel am Lack geschnüffelt. So, wer hat nen Raffe, ne vernünftige? Ich. Tausch. Nö. Tausch! Ich hätte dich, wenn ich mein Detective... Koopas im Abschluss freigegeben, Koopas K.O.R.S. Okay. Bist du wirklich so, Koopas K.O.R.S? Das Problem ist, ich bin Detective, ich weiß gar nicht, dass du Traitor bist, weil mir der Shotgun hast, mich gleich weg. Hm. Mach du. Ich hab vorhin in meiner Traitorunde... Come on, do it! Ja, eigentlich do it nicht, weil dann stirbst du ja. Es wird schlecht. Sup? Ja. Daniel? Ja, ich leb noch. Bernie? Ja, ich leb. Flo? Uuuh. Hi, Jungs. Warum ist Daniel... Ja, ich bin runtergefallen. Hab doch grad vorhin gesagt, ich hasse Leitern. Werde ich da jetzt eigentlich runtergefegt? Naja, wenn du reinläufst, kannst du glaub sterben. Wie ist doch mal los? Ich bin Detective, ne? Ich bin ja nicht inkompetent, er ist Detective. Koopa, ich glaub du bist das. Verpiss dich bitte. Na, glaubst du? Ja. Hi. Wieso hast du denn nicht mit der Goldene Diegel geschossen? Nee, dagegen. Hi, Koopa. Weil ich gleich auf dich schieße, wenn du mir noch weiter hinterher... Ha, ha, ha. Auf bei dir auf. Hallo, 84, okay. Ich hab jetzt nicht so viel verloren. Uuuh. Daniel, hi. Hi. Okay, ich hab ein Problem. Ja, was ist? Ich kann mich nicht mehr bewegen, ohne dass ich Schaden kriege. Dann bleib halt da stehen. Oder riskier auch. Ja, hm. Das ist ein Problem, ich bin nämlich frei wild für jeden Traitor. Ja, ist das nicht gut. Okay, okay. Alles gut? Ich lauf noch, cool, ja. Alles, alles gut. Heißer. Ich aus dieser... Okay, das war's. Und da ist der in die... Ding reingelaufen, in die Windmühle. Davon wird man nicht weggesogen. Nein, deswegen wurde ich davon auch weggesogen und in den Rotator geknallt. Fuck you. Da hättest du wenigstens die guten Dig auf mich schießen können. Haha. Ja, da hinten ist er. Den möchte ich aber jetzt nicht konfirmen. Ja, pfff... Überlebten, leben alle noch? Mhm. Okay, gut, alle leben noch. Oh, da klemmt er. Da klemmt er was? Ja, da klemmt er hinter dem... Rotator... Zwischen Tisch und Wand klemmt er so. Ja. Hinter dem Ventilator. Ja. Rotator, Ventilator... Oh, sein Hut liegt hier unten. Nice. Das sind jetzt die zwei Trader. Ach, da ist der. Gibt's ja nicht noch mal irgendwie... Ah, hier liegt doch, sie haben 16 von ihm. Es war alles gut durch die Gegend geschleudert worden durch den Wind. Mhm. Er wurde da reingesogen. In den... Ventilator. Hi. Hii... 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 Gibt's echt nirgends noch mal... Munition und Waffe und so. Ist er nicht wo noch da? Ist nicht früher? Ja, Floh sehe ich gerade, der lebt noch. Also alle leben noch außer Jung. Diese Trader haben noch nicht gehandelt. Und was Berni macht? Berni? Ja, Berni chillt im Puppenhaus. Und spielt mit dem Puppenhaus. Boah, er fasst noch mal so. Verlöger. Guck mal, ich mach den... Berni ganz leicht. Boah, ich hab so schocken, ey. Warte mal, da rum. Ach, sag. Ich bin da rum. Ach, sag. Schöne gewundet. Mach ich jetzt mal ne geile IP. Na, was sagt? Na, willst du mich weg machen? Ne. Hier schafft ja mal was hoch. Oh fuck. Oh fuck. Unten ist ja ne gute Ortsangabe, der kann ja überall sein. So, Berni. Schön, Flo. Ah. Ja, ich hab... Äh, lass mich. Ich will nicht leben. Falsche Seidebeer. Tja, Berni. Kommt davon, wenn man die ganze Zeit mit Puppen spielt. Ja. Und sie keine Waffe sucht, ne? Und Daniel, du bist ein Ficker. Nö, du wirst nicht weggesogen von denen. Nur wenn du rein rennst, stirbst du. Ich bin hinterher an dem vorbeigenommen und wurde voll in die Rotorenblätter gesogen. Ja, dann tut's mir leid. Tja, Berni. So spielt man das Spiel, nicht? Hm. Na, Kopa. Na, Kopa. Da bimst du da bumm. Hallo, Jung. Na, Janne. Ba-ba-di. Ba-ba-da. Wer kommt mir da entgegen? Hi. Hm. Kann man das Ding überhaupt nicht aktivieren als Traitor? Kopa, ist sie eigentlich nicht... Nachdem's Club die Disco geschmissen hat, ne? War für mich sowas von 1000% klar, dass der Traitor ist. Hast du warum? Ja, ich hab mir eigentlich schon gedacht... Ja, weil er... Weißt du warum? Weil der das... Weil wenn der Innocent ist, läuft der einfach ständig vorbei. Als Traitor wirft der... Normalerweise wirft der keine Granaten. Und dafür war der für mich sowas von Traitor-Kopf. Ja, bei mir war's schon... Ich hab schon so... Ich hab... Ich hab... Lautlos, wo er die... Ja, warum? Da ist jemand tot. Ja, das war Daniel. Hoffentlich ist der Traitor. Boah, ganz. Weil Berni die ganze... Daniel ist Traitor. Daniel macht den Berni. Hoffentlich ist... Hoffentlich ist Bernie Traitor. Weißt du was? Wie viele Punkte hab ich? Nein. Ich hab so ins Team vergangen. Ey, das gibt's doch nicht. Oh, ich fühl mich gleich um 180.000 Grad besser, ey. Ich fühl mich gleich um 180.000 Grad besser. Hab ich gern. Ah, Mario hab ich gern. Oh, Mann, ey. Oh, Mann, ey. Oh, Mann, ey. Oh, Mann, oh, Mann. Ne, was ich gerade sagen wollte, ist das halt... Das Benni hat so nur ein Puppen ausgeschildert, war eher so ein Zeichen, dass er... In uns dann das und so, weil... Ja, aber trotzdem, das macht ja keinen Sinn. Er hatte ne fucking Pistole und ne huge. Ja, das war echt nicht... Statt sich mal ne Waffe zuwenden, wenn er sich dann mit ner Shotgun so verschanzelte, würde ich sagen, ja. 떨te nicht auf den zuienen gehen. Wollte ich aufs zu hingehen. Übrigens, so ist das, Bernie, ne, so ist das, was Daniel grad mit dir getan hat, so ist das. Ja. Das wollte ich nur mal aufzeige. Ich möchte da hin. Ich stack zu, als wäre ich bin сид.. Ich bin rear gate zum Street parcuto sa 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 sa. sa 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 x sap. Ja, ich hab ne automatische. Aber du bist auch hier um das... Ich hab nämlich auch nur ne Sniper gefunden. Wenn ich tot bin ist Zuop das. wenn ich nicht das hat das nie der geil tut es ist wenn man selbst auch in der ecke stehen ich bleibe in der ecke stehen wir uns gar nicht und der ist untergefallen ich habe aber zwei leute gehört die untergefahren sind aber wo ist der untergefallen dann weiche weiche dämon identifiziere ihn keine weite überraschung die frage ist nach dem ersten aufprall habe ich noch einen zweiten runterfall geräusch gehört war es meine wohl halluzination oder was klingt plausibel vielleicht war es ja bernie muss ja nichts abgewiesen sein obwohl ne apropos bernie lebst du noch und ich habe einen sniper schiff gehört ich will schon wieder schiff drücken ah fucking sprint haste nice schön dass alle beider genau unter mir stehen sag mal hattest du irgendwie was zum wegstoßen ne ich bin auf einmal voll von der leiste weg gestraft ich habe auf bernie geschossen und der ist dann hinten den schacht runtergefallen vor schrecklos richtig gestraft ach ja gut ach koba guck die ganze zeit so steht genau unter mir ist so hui dann kommt floh oh hui aber es geht trotzdem um einen punkt an mich ging es ab also das war es wir sehen uns und ciao so